So, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Wir sind mitten in der Mission. Wir sollen Polizisten nicht töten, sondern einfach nur niederschlagen. Und das machen wir gerade auch. Wir haben jetzt noch, wie viel? Fünf, ne? Ja, fünf haben wir noch. Wir ziehen die gerade mal ein bisschen alle auseinander. Ja, super. Ich hatte nicht mehr viele. Super. Ach, Mann. Ja, chill. Tanzt doch ein bisschen da rum. Elender Schwachkopf. Du bist ein elender Schwachkopf. Das kotzt mich gerade an. Das ist nicht wahr. Scheiß Kopf, da geht mir den... Weil die sich... Weil der irgendwie hat das nämlich gesehen gehabt. Und das ist das Problem. Das war's dann mit der Mission. Also die kriegen wir jetzt nicht mehr. Scheiße, Mann. Den hatte ich so gehabt, den Typen. Ich hab fast alle Kopf weggehabt und um ihn herum. Das ist nicht wahr. Du stehst da. Du stehst oben drauf. Er fährt gegen die Wand. Und das... Wir brauchen meinen Charakter. Ich spring mal runter. Ja. Was ist das? So, jetzt! Was? 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 Der ist doch dran! Der ist doch dran! Das ist nicht wahr! Ich hab auf den Fühlen gedrückt! Was macht mein Charakter? Ich spring mal runter! Egal! Was macht mein Charakter da? Der springt dann Eisekalgas mal runter! Natürlich springt der runter! Das ist ja nicht normal! Geh weg! Seht der hier? Ja! Du! Das ist nicht wahr! Bleib doch mal drauf! Ey! Bleib doch mal drauf auf der Kutsche! Spring doch nicht jedes Mal runter! Deswegen kriege ich den auch nicht! Weil die Mission das nicht will! Zulässt! Ja, weil Ziele im Ziel bleiben! Ist mir auch egal! Aber lass mich doch einfach in Ruhe! Ich war doch schon zweimal jetzt auf der Kutsche drauf! Und zweimal springt mein Charakter einfach wieder runter! Sag dann nö! Ich bleib doch mal drauf! Ich hab da keine Lust zu! Ich hatte sooo schön sie alle hintereinander weggekommen! Wo der eine sagt sieht das wieder und dann nö ist sich! Du hörst jetzt mit den nächsten Kutchen ab oder? doch du so ernsthaft auch das ist zum kotzen der typ gibt mir so gerade auf den pc ich habe da gar keine bock drauf jetzt wo ich das ist doch nicht wahr ich habe ihn doch gehabt ja am arsch ist mir egal die weg kommt auf die ruhe ich hab den typ nur von der scheiß kunstchen und das ist nicht wahr oder will mein karakter doch schön schön mal der gegner muss ja nur ach man ist egal so jetzt nochmal jetzt hab dich endlich boah was eine mission was für eine mission aber egal damit glaube ich jetzt erstmal irgendwann ist auch mal gut ich hätte die typen so gerne ich habe ein bisschen her schon ich bin satschen frederick ab allein freddy satschen die verdeckte ermittlung es wird einen überfall auf die bank von england geben dessen bin ich sicher über das ist eine festung die jungs im revier dachten auch ich scherze wäre nicht so witzig wenn es um ihr erspartes ginge wer steckt dahinter das ist streng geheim kommen sie freddy ich kann ihnen helfen ich sehe schon die schlagzeilen auf frischer tat er tat aber allein hatte immer recht nun ein bisschen kann ich ihnen sicher verraten in jedem quartal wird ein zweig der bank ausgeraubt immer ein anderer zweig und die diebe werden ausgestattet von super und das für ein bisschen das ganze ding hier für ein bisschen naja eine frage die idee der sich kaputt ist und ich habe gar nichts gemacht naja ganz geschafft die aufgabe ist gelöst so ja mal neut ein warte mal ich gucke mal gerade habe ich hier noch irgendwas machen kann wir haben nämlich drei fähigkeitspunkte gerade gekriegt insgesamt haben wir jetzt drei und ich brauche fünf ich brauche noch zwei das brauche ich hier schleichen 1 so mal eben den hochziehen guck mal dabei aber bei evie noch mal was machen können jetzt auch nur ein noch ok so dann machen wir noch schön jetzt können wir auch die polizei angreifen das war nicht was du mir da nehmen wir ihn mal kurz mit ich habe so ein scheiß verbrechen aufgedeckt mein gott den einen haben wir noch komplett holen so haben wir kurz plündern hier noch dann haben wir es gefasst ganz oft mein freund aber gott dann haben wir nicht diese missionen erledigt was für ein ding wir haben letztes vorgestern noch ein bisschen angesessen jetzt haben wir schon ja ja lass mich noch mal diese mörder so mörder so mörder ich habe gar nichts gemacht ich mache euch nur gerade so ein bisschen sicherer da ist noch ein feind den holen wir uns noch dann holen wir den uns noch ich hasse feinde gerade in meinen gebieten lasst mich äh rauer neun freund die noch mehr feinde oder was weil das hier im sperrgebiet ist naja also das ist wegen so ein templer ding ne würde ich sagen fast naja das ist hier für ein gebiet gangquartier äh gangquartier russmavie lane aber das ist ja unwichtig gerade city of london haben wir ja noch immer mal step by step auf jeden Fall noch da haben wir auch schon wieder ein wenigstiges das ist ja nicht mehr so übeltrieben viel gut das ist das ganze ding hier noch ne so nebenbei city of london wenn wir die nämlich haben und dann fehlen das auch noch nicht mehr so dann fehlt es nur noch äh dann zum beispiel system ist es trend und dann westminster und dann haben wir sogar alle gebiete einmal kurz komplett erobert hier in london weil dry chapel zum beispiel mal war ich glaube ich war eines der erste was wir mitgenommen haben ach der war das hier kaylock dieser und hysteric ich hatte den namen falsch im kopf kaylock das war so der erste den ich äh tatsächlich erledigt habe gut damit ich sage war es das für heute wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei assassin's queen syndicate und dann ja ne ihr wisst schon bescheid dann machen wir weiter bitte bis dahin und tschüss